Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Asti, Ihr Partner für Apple Computersysteme und App-Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden vor dem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Stefan Böger und David Frisogic. Die erste Frage, wie immer, an unseren Trainer. Wie fällt dein Fazit der Trainingswoche aus und welche Spieler stehen dir am Samstag in Duisburg aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung? Ja, im Grunde genommen kann man am Donnerstagmittag ja nur von einer halben Trainingswoche sprechen und dementsprechend kurz und bündig alles soweit nach Plan, so wie wir uns das vorgenommen haben von den Inhalten, alles gut bearbeitet. Gestern haben wir ein sehr intensives Training gemacht am Vormittag in der Spielform, die mit richtig guter Qualität war, wo nicht nur gute Qualität war, sondern auch alle Spieler mit großer Leidenschaft dabei waren. Hat mir richtig gut gefallen, das Wetter war entsprechend, es hat geregnet, es war windig und alle waren richtig gut beschäftigt. So stelle ich mir eine Trainingseinheit vor und es war gut. Ich hoffe, dass wir den Schwung in die letzten beiden Tage mitnehmen können, ins Training heute und auch morgen ins Abschlusstraining in Duisburg, dass wir am Samstag da eine gute Vorstellung abliefern. Ja, wer ist definitiv nicht dabei, das ist natürlich Christian Fell, der noch im Aufbautraining ist, dann Kirin Moll, der sein Programm weiter gesteigert hat, aber logischerweise noch kein Kandidat für einen Kader ist. Und ansonsten haben wir heute nicht im Training, denn Michael Hefede, der sich gestern, ja, ein Belastungsreiz ist das, also es ist keine schwerwiegende Verletzung sicherlich, sondern eher so eine Belastungserscheinung im Hüftbereich. Und dem wollen wir natürlich Rechnung tragen, indem wir ihn so ein bisschen separat behandeln, er wird heute ein separates Programm fahren, um dann morgen im Abschlusstraining zu zeigen, ob das für einen Kader reicht, Samstag oder nicht. Justin Alders wird wieder im Training sein, davon gehe ich im Moment aus und ja, alle anderen sind soweit im Training und damit einsatzfähig. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Wir reisen ab als Tabellentritter zum Tabellentritten. Beide Mannschaften trennen nur einen Punkt. Wie bereitest du deine Mannschaft auf das Spiel in Duisburg vor? Es gibt Menschen, die, egal ob jetzt Fußballfans oder andere, immer so in Kategorien denken wie Punkte, Tore, Tabelle, alle solche schönen Dinge, nach denen Leistung abgerechnet wird. Das ist auch sicher, okay, ich mache das nicht, sondern gucke schon, zumindest mal nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt, sondern gucke schon drauf, insbesondere wie wir Fußball spielen oder wie wir noch besser Fußball spielen können. Weil ich davon überzeugt bin, dass sich Tabellensituationen, Plätze daraus ergeben. Arbeitest du gut, bist du fleißig, bearbeitest die Inhalte entsprechend, dass es erfolgreich sein kann, dann kommen die Punkte. Machst du das nicht, dann kommen die Punkte nicht. Und dementsprechend fange ich eher von innen an, von den Inhalten und gucke dann eines Tages vielleicht mal auf die Ausbeute. Andere machen das anders und dementsprechend wird dann eben auch formuliert, der Dritte spielt gegen den Siebten. Es ist nur ein Punkt Abstand. Ich hatte mit Herrn Schlegel die Tage mal darüber gesprochen, es beweitet sich offensichtlich tatsächlich das, was ich am Anfang der Saison gesagt habe, dass diese Mannschaften alle auf Augenhöhe sind. Ist aber auch nicht verwunderlich, wenn man weiß, wie die Ausgangssituationen der Vereine vor der Saison waren, in einer Liga etwa ähnlich. Ja, da gibt es nur ganz geringe Unterschiede. Sicher auch etattechnisch wenige Unterschiede und dementsprechend ist die Qualität der Spieler, die man in den Kadern hat, auch ähnlich. Und weil das so ist und die Kollegen in Rostock, in Stuttgart, in Mainz sicher genauso akribisch arbeiten, wie wir in Dresden, sind eben diese Abstände so, wie sie sind momentan. Ob sich das mal eines Tages relativiert im Laufe der Saison, das weiß ich nicht. Aber ich rechne nicht damit, dass es zumindest vor Weihnachten passiert. Das glaube ich nicht. Sondern dass, so wie die Mannschaften auftreten, Woche für Woche alle, mal besser, mal weniger gut, dann eben die Punkte so zustande kommen, dass es eben zu der Tabelle führt. Also, was will ich damit sagen? Es macht im Moment überhaupt keinen Sinn, über Tabellen, Plätze zu sprechen, über Konstellationen zu sprechen. Da spielt der Dritte gegen den Siebten oder der Erste gegen den Vierten oder was auch immer. Sondern wir sollten uns mit unserer Leistung beschäftigen und dann kommt das andere von alleine. Vielen Dank für deine Worte soweit. David, zu Saisonbeginn standst du in der Startelf, dann gab es eine kleine Schwächeperiode. Jetzt hast du dich zurück in die Mannschaft gekämpft. Auf euch als Mannschaft wartet schon die vierte englische Woche in dieser Saison. Glaubst du, dass die kommenden drei Spiele auch eine Frage der Kraft und des Willens werden? Also vorab, ich denke, dass wir topfit sind, dass wir sehr, sehr gut arbeiten in den Trainingseinheiten und ich denke, dass wir diese englische Woche sehr gut gestalten werden. Vorab, ja, man freut sich immer als Fußballer auf eine englische Woche, weil kann man jedes Mal neue Herausforderungen annehmen. Und von daher ist es immer schön und toll, wenn man eine englische Woche hat und dazu kommt noch ein Flutlichtspiel bei uns zu Hause. Deshalb freuen wir uns tierisch auf diese englische Woche und wollen sie auch so gut wie möglich gestalten. Grundsätzlich habe ich natürlich das Komplexe im Auge. Wir sind angetreten im Sommer, eine Mannschaft zu entwickeln, die nicht nur einen erfolgreichen Fußball spielt, sondern im Idealfall auch einen dynamischen Fußball. Ja, das passt zur Dynamo. Und da sind wir dabei, das zu entwickeln. Das geht sicher nicht von heute auf morgen, wenn man so viele neue Spieler dabei hat. Aber ich bin kein Trainer, der jetzt ausschließlich auf das eine oder ausschließlich auf das andere achtet, sondern versucht, das zusammenzuführen. Und das ist in dem einen Spiel mal eher, wenn ich an Bielefeld denke, vielleicht in der Defensive gehakt hat. Oder jetzt im letzten Spiel eher in der Offensive. Richte ich mein Training jetzt nicht so aus, dass es ausschließlich jetzt um das Abwehrverhalten oder das Angriffsverhalten geht, sondern versuche das so ein bisschen zu mischen. Ich glaube, der Aspekt, dass wir gerade gegen Köln auch gerade mal zum zweiten Mal zu Null gespielt haben, der ist mir gar nicht großartig gewürdigt worden. Ich habe es jedenfalls nirgendwo so richtig mitbekommen. Das ist für uns auch ein Entwicklungsschritt. Wir haben es bisher wenig oder selten geschafft, zu Null zu spielen. In dem Spiel war das so. Leider eben auch vorne, aber das ist mal die andere Seite. Deswegen meine ich, im Komplexen zu sehen. Und wenn wir wissen, dass uns in Duisburg eine Mannschaft erwartet, die einen richtig flotten Fußball spielt in der Offensive, dass sie mit schnellen Außen agieren, mit spielstarken zentralen Spielern, da müssen wir uns darauf vorbereitet sein. Das heißt, wir müssen im defensiven Verbund, damit meine ich jetzt nicht nur die Viererkette, sondern alle Spieler müssen wir richtig gut dagegen halten. Wir müssen sehr eng beieinander stehen, wir müssen kompakt stehen, wir müssen miteinander verteidigen. Und erst dann im zweiten Schritt können wir dann auch angreifen, wenn wir den Ball haben. Also den Spielfluss der Duisburger zu unterbinden wird die Aufgabe sein. Und dann immer wieder Nagelstiche zu setzen, um auch vor das gegnerische Tor zu kommen. Uns da nicht zu verstecken, sondern mutig zu sein, aber in erster Linie natürlich erstmal gucken, dass wir die Räume eng kriegen, damit wir aggressiv agieren können. Und darauf ist das Training ausgerichtet gewesen diese Woche. Wir gehen in jedes Spiel und wollen es gewinnen. Also das ist unsere Mentalität. Wir fahren nicht irgendwo hin und sagen, wir spielen auf Punkt, das können wir gar nicht. Wenn sich am Ende, und das meine ich, was ich gerade sagte, mit dem, was wir machen oder wie wir es machen, am Ende ein Ergebnis steht, ob das jetzt die Punkte in der Tabelle sind oder das Spielergebnis am Samstag, ist das Ergebnis dessen, was wir tun. Und wenn wir das so machen, wie wir es uns vornehmen, wie wir es trainiert haben, und ich sagte ja gestern zum Beispiel, richtig gut trainiert haben, dann rechnen wir uns durchaus was aus, aus Duisburg mitzunehmen. Also wir fahren jetzt nicht hin und sagen, unser Minimalziel ist ein Unentschieden. Das machen wir nicht. Da ich ja Abwehrspieler bin, versuche ich oder meine Mannschaftskollegen gerne auch, die Null zu halten. Und die Balance zu finden zwischen offensiv und defensiv Verhalten, das ist vom Spiel zu Spiel immer unterschiedlich. Also das muss man halt im Spiel selber auch finden. Es fängt vorne an, die Abwehrarbeit, aber es hört auch hinten auf. Und hinten fängt es auch an, das Spiel zu gestalten, nach vorne hin. Also von daher die Balance zu finden, ist nicht immer einfach. Aber ich denke, dass wir das jetzt im letzten Spiel defensiv richtig gut gemacht haben und davor die Spiele halt offensiv das sehr, sehr stark gestaltet haben. Von daher bin ich zuversichtlich, dass wir das in Duisburg genauso gut hinkriegen werden. Die Null zu halten, versuchen zu halten und offensiv ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Also wer meinen naturell kennt, weiß, dass ich gerne nach offensiv arbeite und offensiv spiele. Aber die Position linker Verteidiger heißt ja auch, zu verteidigen und hinten die Null zu halten, meine Seite zuzumachen. Aber mich freut es genauso, wenn ich zu Null spiele, aber auch ein Tor vorbereite. Von daher ist es beides gefragt und dies versuche ich oder meine Mannschaftskollegen in jedem Spiel zu bewältigen. Ich glaube, das eine kann man mit dem anderen erstmal gar nicht vergleichen. Ich weiß gar nicht, wie hochklassig der, müsste Ralf mal gucken, wie hochklassig der Peter Neurocher gespielt hat. Ich glaube, der hat nie Bundesliga gespielt. Von daher liegt sein Thema auf anderem Gebiet. Außerdem sind sicher aus meiner Zeit Mitte der 90er Jahre, man stellt sich vor, wie lange das her ist, nur noch ganz, ganz wenige Leute, wenn überhaupt, da vor Ort am Samstag. Und ja, das sind alte Geschichten. Ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt in Duisburg, sportlich und auch privat. Und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt im Ruhrgebiet. Es war ein toller Verein, auch in der Aufbruchstimmung. Und ich konnte mithelfen, den Aufstieg in die Bundesliga zurück zu schaffen. Und das war natürlich für den Verein, für die ganze Region dort in der Stadt ein tolles Erlebnis. Wir haben dann eine foliose Saison gespielt. Ja, und die drei Jahre insgesamt. War schon eine tolle Zeit, aber es ist, wie gesagt, lange her. Und jetzt stehen andere Aufgaben an und das ist auch gut so. Habe ich gar nicht. Also, man glaubt es vielleicht nicht, aber ich habe das nicht. Ich habe, ich lebe hier im Jetzt und heute und habe die Stationen so ein Stück weit bei mir und weiß auch so die Highlights im Positiven wie im Negativen, was mir widerfahren ist. Das habe ich schon bei mir, aber da denke ich nicht großartig drüber nach. Und im Zusammenhang mit Duisburg oder jetzt letztens Fortuna Köln oder demnächst auch Rostock. Ne, habe ich so nicht bei mir. Da bin ich eher fokussiert auf das, was ich jetzt hier zu tun habe. Ach, das war das altehrwürdige Wedau-Stadion. Ich weiß gar nicht, heißt das noch? Schau ins Land reisen, Stadion? Ja. Okay, Wedau-Stadion ist ein bisschen einfacher auszusprechen. Und ja, ich kann mich erinnern, dass es ziemlich gezogen hat da. Also, das war weitläufiges Gelände, schönes Gelände insgesamt an der Wedau. Aber wir waren ja zum Fußballspielen da. Und ja, haben da manchem Favoriten, wir waren ja ein kleiner Verein damals in der Bundesliga, haben manchem Favoriten das Fürchten gelernt mit einer tollen Mannschaft, die auch ähnlich wie die jetzige hier vom Teamgeist gelebt hat. Wie wichtig es ist, hat man damals schon gesehen, sieht man heute auch wieder. Und das kann ein ganz entscheidender Faktor werden für uns. Gibt es weitere Fragen? Sven? Alles gesagt. Wenn ich natürlich höre, dass Herr Geisler Geburtstag hat und wir, ja, nicht täglich, aber schon hin und wieder miteinander zu tun haben, möchte ich mich natürlich an den Glückwünschen beteiligen. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite, von unserer Seite hier vorne. Und alles Gute. Auf einer guten Zusammenarbeit weiterhin. Danke. Gut, dann von mir noch ein paar Informationen zum Spiel. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr. Die Stadiontore in Duisburg öffnen um 12.30 Uhr. Die Tageskassen haben an der Arena in Duisburg geöffnet. Im Gästebereich werden ca. 2.000 Fans erwartet. Insgesamt rechnet der MSV Duisburg mit 15.000 Zuschauern. Der Schiedsrichter steht im Moment noch nicht fest, wird aber in Bälde passieren. Den reichen wir dann schriftlich nach. Der Nachwuchsspiel wie folgt. Die U23 hat Heimspiel am Sonntag um 14 Uhr gegen den SSV Markranstedt im Heinz-Steier-Stadion. Die U19 spielt ebenfalls zu Hause Sonntag 11 Uhr gegen den SV Meppen auf der Bodenbacher Straße. Und die U17 hat ebenfalls Heimspiel Samstag 11 Uhr gegen den FC Erzgebirge Auer auf der Bodenbacher Straße. Wir sehen uns am Samstag in Duisburg. Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise, eine sichere vor allem. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017